Guten Morgen, Namaste. Ich habe heute Lust auf eine kurze Aufweckpraxis, ein kurzes energetisches Ankommen im Körper und wenn du mitmachen willst, leite ich dich dafür ein, die Beine ein bisschen mehr als hüftweit zu öffnen, damit in Frieden zu sein, dass du nicht ganz meine Füße siehst und auch nicht ganz meine Arme, wenn sie über dem Kopf sind. Damit habe ich nämlich gerade schon eine Viertelstunde rumgetüttelt hier mit der Videotechnik und irgendwie kriege ich mich heute nicht ganz drauf. Das darf so sein. Die Füße zeigen leicht nach außen, die Knie so ein bisschen über die zweiten Zehen gerichtet, dein Unterarm auf dem Land und da kannst du auch gleich mal die Hände ansetzen und einfach so ein bisschen rubbeln hier im unteren Rücken. Und auch dein Becken von außen ein bisschen mit einbeziehen und hier vorne den unteren Bauch und die Knie sind durchlässig. So nicht blockierst du nicht blockierst in deinen Knien, den unteren Rücken, schön dein Gesicht, alles schön rubbeln hier ein bisschen. Genau und dann kannst du auch mal dein Brustbein ein bisschen auf und ab massieren, rubbeln, ruhig ein bisschen kräftig so. Und das Brustbein so, ich darf nach unten entspannen zur Erde, die Beine dürfen fest auf dem Boden aufstehen und ruhig so ein paar Mal die Ausatmung einladen. Bisschen ankommen. Okay, dann dring deine Hände vor dein Herzraum zusammen, die Unterarme parallel zum Boden, geh ganz leicht in die Knie und kreise dein Becken her. Vielleicht willst du die Beine noch ein bisschen weiter öffnen, der Oberkörper bleibt zentriert und mit deinem Becken ziehst du schöne Kreise am Boden. Wenn du hier ein Licht hättest, das am Boden leuchten würde, dann würdest du schöne große Kreise sehen und auch anders herum kreisen. Und dein Becken mal von vorne nach hinten bringen. Dann die Arme, Hand in den Flächen bleiben am Angeli Musa geschlossen, über deinen Kopf, bring die Knie, Beine schließen, Füße schließen, in die Knie gehen und dann hier dein Becken kreisen. Jetzt zur Einrichtung wahrnehmen, wo bist du heute Morgen ganz frei, wo fühlt es sich lebendig an und offen in dir und wo vielleicht auch blockiert und anders herum kreisen. Und dann einatmen, die Beine öffnen, entfalten, dein Streisbandling zur Erde, Hand in den Flächen sind oben, ausatmen, durch den Mund, rechtes Knie zum Brustkorb. Einatmen, wieder schön zentrieren, die Ferse in die Erde entlassen, Herzraum offen, ausatmen, linkes Knie zum Brustkorb. Schultern sind unten. Einatmen, einatmen, Hand in den Flächen offen, ausatmen, durch den Mund, rechtes Knie zum Brustkorb. Einatmen, wieder die Arme öffnen, ausatmen, linkes Knie zum Brustkorb. Einatmen, einatmen, öffnen, ausatmen, rechtes Knie. Jetzt hältst du die linke Hand am rechten Bein und öffnest deinen rechten Arm nach hinten. Ich zeige es dir mal von der Seite, auch damit ich mir nicht meine Hand am Ofenrohr verbrenne. Genau, dein Streisband ist verankert mit der Erde, du willst Stabilität für diesen Tag, dich mit der Erdkraft verbinden, dir Qualitäten wie Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit einladen, von der Erde dich hineinströmen lassen. Genau, der Blick kann nach hinten zur Hand gehen, atme ein und ausatmen, rechtes Bein zum Boden, rechter Arm zum Boden und wieder einatmen, Arme zu den Seiten, ausatmen, linkes Knie zum Brustkorb, umarmen und der rechten Hand dein linkes Bein umfassen. Kannst du hier nochmal einatmen und ausatmen, den linken Arm nach hinten entfalten und der Blick darf nach hinten gehen, steigt, wenn es verwurzelt mit der Mitte der Erde, die ihre Energien dir für diesen Tag zur Verfügung stellt. Kannst die Mikrobewegungen am rechten Bein wahrnehmen, die tiefe Muskulatur ist hier schön am Arbeiten. Atme ein und ausatmen, auch den linken Fuß wieder zum Boden stellen, die Hände auf deinen Herzraum, die Beine wüftbreit geöffnet, Füße parallel zueinander, Becken lässt los, an die Erde, Schultern weich verbunden, über dein Becken mit den Füßen zum Boden hin. Augen geschlossen, lass dich nah sein mit dir, nimm wahr, wie du jetzt gerade hier bist, was du mitbringst in diesen Tag hinein. Und lass deine Ausatmung ins Becken, in die Beine und in deine Füße fließen. Und dann die Arme wieder entspannen, machen das Talakriya. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben, nimmst du die Füße mit vom Boden, dass du auf Zehenspitzen kommst, Hand in Flächen schließen, wenn du kannst. Und ausatmen, die Arme über die Seiten wieder nach unten bringen. Und das in deinem Rhythmus, mit der Einatmung die Arme zur Seite und auch so ein bisschen nach hinten, dass die Schulterblätter leicht zusammenkommen, dass es wie eine Rückwärtsbeuge schon ist im Herzraum. Und ausatmen, deine Arme wieder nach unten bringen. Und mach das noch ein paar Mal in deinem Rhythmus, mit der Einatmung kannst du eine Qualität einladen für diesen Tag, der dich unterstützt. Und ausatmen, loslassen, was du nicht mehr brauchst, was du abgeben willst. Einatmen, einladen, was zu dir kommt. Da und ausatmen, loslassen, wovon du weißt, es reicht, es darf gehen. Und einatmen, dich nochmal öffnen für das Neue, was da kommen darf, das, was du vielleicht auch in diesem Tag legen möchtest. Und ausatmen, wieder nach unten kommen. Dann einatmen, nur den rechten Arm, jede Hand in Fläche zeigt nach innen. Ausatmen, linker Hand geht nach unten, rechter Arm zieht so ein bisschen nach oben. Das heißt, wir gehen nicht ganz so rüber ins Konakriya, sondern linke Hand nach unten und er dann rüchte Unterarmen nach oben zur Decke. Ich weiß nicht, ob du meine Arme sehen kannst, aber du kannst es genauso für dich mit meinen Worten auch ausführen. Füße zentriert, lenkt den Beckenboden leicht nach innen oben, Unterbauch leicht nach innen oben. Spür die Öffnung in deinem Körper, in der linken Seite und so auch ein bisschen Öffnung haben. Atme ein und ausatmen, rechten Arm nach unten legen. Einatmen, den linken Arm heben, ein bisschen rund machen wie so ein Ballettarm. Ausatmen, Beckenboden ist aktiv, der rechte Arm zieht nach unten, der linke Unterarm nach oben. Füße zentriert, Fersen sind neugierig, die wollen die Erde erkunden. Der Unterbauch geht leicht nach innen, oben, Beckenboden ist leicht mit dabei. Atme ein und ausatmen, wieder zurückkommen. Einatmen, den rechten Arm heben, einfach lang stehen hier und dann ausatmen, Beckenboden mit dazu nehmen, linken Arm nach unten, rechten Arm nach oben. Wenn du nicht weißt, wie du den Beckenboden aktivierst, dann kannst du mir meine Beckenboden-Videos anschauen. Atme ein, ausatmen, Beckenboden lenkt nach innen. Den rechten Arm zurückbringen, einatmen, den linken Arm heben, ausatmen, rechter Arm strebt nach unten, linker nach oben. Und so geschieht eine Öffnung in beiden Seiten deiner Wirbelsäule. Rechte Seite wird zwar auch komprimiert, und das ist in Länge und Raum. Atme ein und ausatmen. Ausatmen, zum Boden kommen, zur Erde, zum, nach unten mit dem Hände. Hände vors Herz, Chakra. Und deine Beine ein bisschen weiter öffnen, Füße zeigen nach außen. Atme ein. Und mit der Ausatmung lass dich langsam nach unten kommen mit deinem Becken, dass du in eine tiefe Hocke kommst. Und dann bist du hier unten in der tiefen Hocke, in Malassona und bringst deine Hand innenflechten zusammen. Die Oberarme drücken deine Beine schön nach außen. Die Beine dürfen auch ein bisschen gegen die Arme drücken, dass die Wirbelsäule sich entfalten kann in ihrer Länge. Schultern bleiben hinten. Und dann nimm ein paar bewusste Atemzüge in deinen Beckenboden hinein. Und dann den linken Arm vor den linken Schienbeinen abzusetzen, vor den linken unteren Beinen. Und den rechten Arm nach oben bringen. Atme ein und ausatmend bringst du den rechten Arm nach links rüber, soweit wie das für dich passt. Atme hier unten ein. Der Arm ist ganz locker weich. Und ausatmend entfaltest du dich wieder nach oben. Wobei du die rechte Schulter nicht aus dir rausziehst, sondern rechte Schulter bleibt verbunden mit der Wirbelsäule in Kommunikation mit dem Becken und der Erde. Atme ein und ausatmen. Wieder hier runter, einatmen und ausatmen. Und wieder nach oben. Ein und ausatmen. Bringst du deinen rechten Arm vor dein rechtes Schienbein. Lässt dich schwer werden zur Ecke, zur Erde. Wenn das Sitzen schwierig wird, dann setz dich mit deinen Fersen auf eine Decke oder auf die Zehenspitzen oder auf eine Möglichkeit, dich einfach hinzusetzen hier. Wähle deine Variante. Du möchtest es einfach haben und leicht. Rechte Hand am Boden. Atme ein. Ausatmen. Linken Arm heben. Ein. Ein und aus. Linke Hand zum rechten Arm. Ein und ausatmen. Ein. Aus. Der linke Arm ist ganz weich. Atme hier wieder ein. Mitte ausatmen. Bewege dich aus dem Brustkorb heraus nach oben. Atme ein und ausatmen. Hände wieder das Angeli Mudra noch mal lang werden. Die Kraft in dieser Haltung spüren. Dein Becken spüren. Atme ein. Und ausatmen. Leg die Hände zum Boden. Atme ein. Ausatmen. Entfalte deine Beine langsam nach oben. Und zwar nur so weit, wie du die Hände noch gut am Boden halten kannst. Der Kopf kann jetzt entspannen. Es geht nicht darum, die Beine zu strecken. Wenn dir das natürlich leicht fällt, dann kannst du die Beine auch strecken oder Pass strecken. Aber ansonsten kannst du hier auch einfach mit gebeugten Knien bleiben und die Erde spüren mit deinen Händen und deinen Füßen. Und dir bewusst machen, dass du auf der Erde läufst. Den ganzen Tag. Sie ist es, die dich trägt. Um dann dein Geset zur Erde zu bringen und dich zu setzen. Dein rechtes Bein beugst du so, dass das rechte Knie über deinem linken Knie ist. Und das linke Bein ist lang gestreckt. Du kannst deinen Sitzbeinpacker nach hinten rausbringen. Aktives linke Bein mit der Erde verbunden. Vielleicht ist es für dich genug, die Hände am rechten Bein zu halten. Hier lang zu sein. Vielleicht magst du dich auf den vorderen Teil deiner Sitzbeinpacker begehen. Und halte hier die Öffnung im unteren Rücken. Sich so ein bisschen hier hineinlegen. Der Kopf kann ein bisschen nach vorne kommen. Mit der Ausatmung entspann die Schultern nach unten. Schließ die Augen. Kraftvolles linkes Bein. Weich und vollatmen. Wahrnehmen, wo der Atem dich berührt. Atme noch mal ein. Um ausatmen, deine Handrücken auf den Boden zu bringen und dich wirklich rund werden zu lassen. Der Kopf kann jetzt einen Moment nach unten entspannen. Atme ein. Und mit der Ausatmung lass den Beckenboden nach innen oben steigen und komm wieder hoch. Und dann wechselst du die Beine. Bringst das rechte Bein nach vorne. Beug dein linkes Bein in das linke Knie, über dein rechtes Knie das rechte Bein. Es lang und aktiv. Du spürst die Arme unter deinem rechten Bein. Roll die Schultern nach hinten, unten. Die Wirbelsäule lang. Vielleicht ist das für dich schon herausfordernd genug, einfach hier zu sitzen. Und dann ist das deine Praxis. Und das ist teils. Das darf so sein. Wir müssen nirgendwo anders sein, als da wohl sind. Und dann einatmen, die Arme nach oben nehmen. Und ausatmen. Vielleicht ein bisschen nach vorne kommen. Du kannst auch Hände am Bein lassen. Lass die Schultern entspannt nach hinten, unten sinken. Die Wirbelsäule in ihrer Öffnung. Schließt die Augen. Und atme bis in deinen Beckenboden hinein. Dann kannst du mit der nächsten Ausatmung die Handrücken zum Boden bringen. Und einmal rund werden. Den Kopf loslassen. Hier unten noch ein paar bewusste Atemzüge nehmen. Und dann mit deiner Ausatmung lass den Beckenboden nach innen oben steigen und richte dich wieder auf. Um beide Füße vor dir zu platzieren, die Hände hinter deinen Körper zu bringen. Und du kannst mal schauen, ob das für dich gut ist, die Fingerspitzen zum Körper zu bringen oder von dir wegzulegen. Und dann kommst du mit der Einatmung nach oben und lässt dabei auch langsam den Beckenboden nach oben steigen. Du kannst dir ja vorstellen, dass du den Bauch nahm nach innen saugst. Und das ist herausfordernd. Wir machen das auf der Einatmung. Ausatmung nach unten. Der Beckenboden darf noch weiter nach oben steigen. Atme ein. Öffne dich im Herzraum. Mit der Ausatmung steigt der Beckenboden nach innen oben. Und du entspannst dich nach vorne. Fußsohlen sind geschlossen. Knie nach außen. Und es kann auch sein, dass du einfach hier bleibst. Schau, wohin entlässt dich dein Körper heute Morgen. Dann atme hier ein. Ausatmen. Lass den Beckenboden nach innen oben steigen. Komm wieder hoch. Setz die Hände hinter deinem Körper auf. Füße parallel zueinander. Einatmen. Die Vorderseite des Kopfes öffnen. Die Schultern dehnen. Ausatmen. Und der Beckenboden steigt sanft nach oben. Einatmen. Den Herzraum öffnen hier. Hände in den Boden aktivieren. Ausatmen. Steigt der Beckenboden nach innen oben. Und du kommst nach vorne unten. Entlässt dich hier in den Schmetterling. Atme hier unten ein. Ausatmen. Steigt der Beckenboden nach innen oben. Setz die Hände hinter dir auf. Füße stabil. Und einatmen. Wieder heben. Und dann bleib hinatmen. Ein paar Atem zubelang. Das Kinn ist eher am Brustkorb oder so ein bisschen weg vom Brustkorb. Auf keinen Fall im Nacken. Ich würde das Kinn eher am Brustkorb lassen. Atme ein. Mit der Ausatmen. Lass den Beckenboden nach innen oben steigen. Senk dein Becken ab. Einatmen. Herzraum öffnen. Und ausatmen. Die Fußsohlen zueinander bringen. Nach vorne. Unten. Entspannen. Und dann hier ein paar bewusste Atemzüge nehmen. Loslassen. Wo immer du loslassen kannst. Jetzt auch mal für einen Moment. Dein Beckenboden ganz loslassen. Dein Kiefer. Deine Wangen. Die Stirn. Und atme ein. Und der Ausatmung steigt der Beckenboden wieder nach oben und hilft dein Oberkörper sich aufzurichten. Und dann kannst du über die Seite zum Liegen kommen. Deine beiden Knie zum Brustkorb bringen. Umarmen. Dich in deinen Rücken fallen lassen. Entspannen. Schauen. Wo möchtest dein Atem gerade hin? Wo wollen deine Schultern hin? Dich in deinen Rücken. Dich in deinen Rücken. Und dich ein bisschen von links nach rechts zu wiegen. Deine Nieren auch aufzuwecken hier. Dann kannst du deine Beine nach oben entfalten. Deine Hände und den Beckenboden aktivieren. Und die Hände ziehen den Kopf nach oben. Die Füße ziehen dein Gesäß ein bisschen weg vom Boden. So dass jetzt alles nach oben zur Erde, zur Decke zieht, von der Erde weg. Und der Bauch geht eher nach innen dabei. Das ist wirklich tricky. Spür die Kraft in deiner Mitte. Atme ein und ausatmen. Langsam wieder zum Boden kommen. Nochmal Apanasana. Die Knie umarmen. Die Schultern fallen nach hinten. Und dich dann hinein zu legen in deine Entspannung. In ein Loslassen. Ein bewusstes Jetzt gehe ich gleich in meinen Tag. Und ich lasse los. Ich mache mich frei von all dem alten, von den Energien, die ich jetzt nicht brauche heute. Um mich ganz dem Tag zuzuwenden. Und ich lasse los. Ich mag, Leute. Ja. Ja. Vielen Dank. Okay. Und dann natürlich vielleicht das Türenschlag von meinem Sohn auch schon aus der Entspannung holt. Ansonsten kannst du dich jetzt anfangen zu regeln und zu strecken. Ein gutes Timing. Mein Sohn hat Hunger. Der hat schon ein paar Mal hier reingeschaut. Du kannst auch mal schauen, wie willst du dich in diesen Tag hineingehen, hineinstrecken. Einfach so für dich nochmal intuitiv ein paar Bewegungen folgen. Und dann komm über deine Seite nach oben zum Sitzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass dich nah bei dir sein, nah an deinem Fühlen. Schenke dir mit deinem Atem Raum und das Fühlen, was gefühlt werden möchte. Und das ist immer das, was da ist. Ganz viel Liebe von mir zu dir. Tschüss. Namaste.